Das war doof. Jetzt oder nie. Singende Ruine. Das ist jetzt aber so ein Dungeon nebenbei, oder? Warum gehen wir dann rein? Das verstehe ich jetzt aber nicht. So, willkommen in singenden Ruin. Die Macht ist stark an diesem Ort. Die Macht? Der Wind. Ich würde mal sagen, der Wind ist stark an diesem Ort. Ich darf nicht springen. Das sind ja auch singende Ruin. No risk, no fun. Da hast du mal recht. Äh, nein. Komm. Hast du gerade einen Rost? Äh, öh. Oha. Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber... Maren und Gree sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Kel, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie auffielst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber... Seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem... bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass eine von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen... Glaube immer an dich. Kel. Vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Damit habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gerechnet. So, springe und drücke Kreis, um zu sputen. Wir können sputen. Oh, wie geil. Jetzt fühle ich mich gerade wie bei... Uri. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Sie weiß immer, wohin sie mich führen muss. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Kel. Was ist passiert? Ich kann sputen. Was ist passiert? Was ist passiert? Du guckst ja gar nicht. Du hast gar nicht geguckt. Uri. Sieg's. 4K. Was geht bei dir? Was ist das? Ich lenke diese Monstrosität ab. Sei vorsichtig. Quattropus. Ein Oktopus, sondern ein Quattropus. So, ähm. Na, weil man spurtet. Ist doch eigentlich... Spurt. Ich weiß schon, was du meinst. Eigentlich sollte es ein Sprint sein, aber... Hab den Spurt vergessen. So, wir sind wieder oben. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt können wir Fähigkeiten verbessern. Äh. Überleben. Füllt einen Teil deiner Machtanzeige auf. Jawollah. Ist mir egal. Hauptsache ich kann... ...sport sprinten. Ob es jetzt Spurt oder Sprint oder... Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Scheiße. Ich dachte, der fährt runter. Tschüss. Mann, das ist ja tief gefallen. Ich hatte auch vor vier Monaten, als ich schon angefangen hatte aufzunehmen, da... ...hat sich's immer aufgehangen. Spiel ist abgestürzt und alles. Aber inzwischen... Das war scheiße. Äh. Inzwischen kann man's eigentlich spielen. Also, ich hatte bisher jetzt noch keine Probleme. Und ich spiel schon wieder... ...sieben Stunden oder so. Also jetzt nicht heute, aber insgesamt. Das war doof, oder? Das war sowas von doof. Ah. Ich dachte gerade, was ist denn das da oben? Aber da sind wir vorhin langgegangen. Ah. Ich hatte immer schon geschehen. Aber wem sage ich das? Ich hab den falschen Beobacht. Klüger wäre gewesen, Slang-Truppler zu werden. Andererseits. Hab ich vorher auch nie gemacht. Kennen aber viele, die Höhenangst haben. Du hast Höhenangst? Das war ein Jetpack-Typ, oder? Der kommt gleich wieder. Nee? Doch nicht. Ah. Scheiße. Ich hab jetzt voll auf den Text geschaut. Die ganze Zeit. Ähm. Ja, die zwei Lichtschwerter hab ich auch extra an... Äh. Noch mit drin. Ich muss sagen, die Pistole, die hat mir schon manchmal den Arsch gerettet. Und irgendwie ist mir das lieber als dieses... Äh. Na? Dieses Doppel-Lichtschwert. Also, Doppel-Lichtschwert und... Diese Stangenwaffe. Die zwei Handschwerter. Mann, ja, ist ja okay. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Der wurde wohl dafür ausgemeldet, die neuen Bohrer zu steuern. Der Finger an deinen Piloten. Falschkontakt! Ich hab's im Griff. Loch hinter euch? Loch hinter euch? Ich hab keine Macht. Ja, die zwei Lichtschwerter sind schon geil. Warum der traurige Smiley? Miss Monte? Ja. Da geht's auch nochmal runter. Ein Sekret vielleicht? Warum? Also, ich will trotzdem mal gucken. Hör auf zu rollen, Mann, du! Sau. Das war falsch, oder? Das war sowas von falsch. Da ist nix, kann das sein. Wäre geil, wenn der so möglich... Ja. Ja. Das stimmt wohl. Wo rauf gekommen? Auf den Stream? Hallo? Muss ich noch weiter rüber? Hallo? Hallo? Mann! Ach, der schwingt! Achso, und dann kann man da an das Gitter, um hochzukommen. Weil das hier irgendwann zusammenfällt, oder? Keine Ahnung. Unglaublich! Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. Wo bist du drauf gekommen, Miss Monte? Da ist man hier lang? Lieber da lang. Achso, kannst du überhaupt gerade reden? Bist du auf Arbeit? Stimmt ja. So. Geht? Dieser Eingriff war überhaupt keine der Umgebungsscanner. Vielleicht blockieren sie etwas. Vielleicht gibt es hier draußen Kammern und Gänge. Wir müssen zum Fuß weiter. Verstanden. Hallo? Achtung! Halt die Tür. Hier geht ich. Information. Erlebt den Eindringling. Schau das Gesicht ein. Ja, ich weiß, du arbeitest. So. Noch eine Jedi-Schriftrolle. Die Kämpfe werden immer leichter, muss ich sagen, dadurch, dass das mit der Macht jetzt so gut funktioniert, langsam. Zumindest die Pus-Soldaten. Frostkämpfe sind nochmal ein anderes Thema. Oh, ich dachte, das wäre zum Klettern. So. Ho, 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 ho. Maren, mach Platz da. Ich warte, bis sie antworten. Ich kann es dir auch beantworten, aber muss er sie mal machen. Immerhin hast du sie ja gefragt. Wo muss ich, wie muss ich, warum muss ich? Ach, hier geht es einfach durch, wa? Ich muss mich beeilen. Bruder Amias kann sich nicht ewig verstecken. Du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt zu schön im Waden. So. Beim Überschreiten der Tempelschwelle werden Reisende eingeladen, über ihre Pilgerreise zu meditieren, bevor sie sich auf ihre nächste Reise begeben. Dem Zoo-Exit-Shop. Die Pilgerzuflucht sollte ein würdiger Ort für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Äh, äh. Auch mal bei Spalt sagt. Mit deinen Heckkünsten könnte dieser Tempel für alle Bedürftigen bald wieder ein sicherer Hart. Was? Habe ich das weggemacht? Ne, habe ich nicht. Komisch. Ich muss mal das einstellen, dass der nicht immer alles gleich blockiert, was Leute schreiben. So. Spalt ist schon ein böses Wort. Das klingt nicht gut. Dieser Ort wird nicht lange standhalten. Die Pilgerzuflucht hat einige neue Verwalter. Dieser Wachdroide könnte Ärger bedeuten. Ähm. Hm? 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 Haaargh! Hm? Haaargh! Hm? 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 So. Werden wir jetzt wahrscheinlich auch ohne den Sprint machen können, oder? Dieser Bereich muss sauber sein, bevor der Vora hier alles zerstört. Das ist der dritte Tempel, den wir durchsummt haben. Was ist dann Jenna eigentlich so interessant? Keine Ahnung. Ist doch ein schöner Ort. Oh, scheiße. Ich hatte vielleicht. Iiiiih, der hat ja da ne Waffe. Der hat ja ne Waffe. Oh. Oh. Ohohoho. Ein bisschen actionreich hier grad. Aber überall. Scheiße. Ich hab grad Probleme. Erstmal der. Dann du. Mann. Mann, 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 Mann. So. Dann ihr. Bestrafung dafür, wenn man etwas heimlich machen soll. Ja, das stimmt. So. Ähm. So. Jetzt können wir einmal heilen. Aua. Noch einer? Wo waren wir jetzt? Oh, du hast einen Raketenwerfer. Das ist gut. Greif mal nochmal an. Das kann man. Greif mal nochmal an. Auf mir hinterher zu rennen. Auf mir hinterher zu rennen. Ja, auf mir hinterher zu rennen. Da kommt ja nicht so viel Schaden. So, Raketenwerfer schon mal weg. Wo war's? Wo war's? Ja, wa? Mann, bin ich aua, schnell Boah, geschafft Ein Glück, ey War aber Also ich hätte nicht gedacht, dass ich aus der Situation noch mal rauskomme So, wo müssen wir denn hin? Da kamen wir, da sind wir rüber Hier ist Nichts Na dann, nein, das, nein, das Oh Gott So Meine Damen und Herren, wir gehen hier durch Wie Sie sehen, sehen Sie eine Jetta-Rolle Brauchen wir nicht Diese Wände kriegen wir erst später alle weg, wa? Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch noch eine Fähigkeit oder so So Da lang vielleicht Süß Da lang Ah, ich wusste es Natürlich Das wusste ich jetzt nicht Ähm Ich habe gerade eine Schneekugel Zerdeppert wegen dir Wieso wegen mir? Was habe ich denn damit zu tun? Noch keine Spur vom Versteck des Pfades Ich habe dich erschreckt Was habe ich denn gemacht? Also Quattropus Ist das doch, oder? Quattropus Das ist ganz schön groß, ne? Alter Schwede Ah ja, okay Und laut Ich habe Grund zu der Annahme, dass es unter dem Tempel ein ausgedehntes Netzwerk aus unterirdischen Wasserwegen gibt Perfekt Das sollte unsere Operation vor imperialen Scannern schützen Er hätte ruhig ein bisschen lauter reden können Der ist nämlich ganz schön laut Quattropus Hallo meine Lieben Hallo meine Lieben Hallo meine Lieben Hallo meine Lieben Hallo Scheiße danke so aktivieren mal abkürzung bräuchte mal wieder einen speicherpunkt hallo meine lieben so noch jemand war zu melden wenn ich übrigens cool dass die sturmtruppler einfach sterben wenn sie ins wasser fallen sehr realistisch du hast deine füße aber auch überall dafür dass nur vier hast erst mal die kiste kaminoana kaminoana langsam denke ich wir sind hier richtig was denkst du und gut ach da lag was eine jetta rolle hier liegt nichts ähm und da kommen wir und da kommen wir ah ok verstehe das muss ich halten also erstmal du und du und du und du und du und du und du Also es muss hier hin, ja, aber Ah ja, verstehe So und so Wie jetzt Wunderschön Wunderschön